Herzlich willkommen zum Digitalen Salon am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Schön, dass Sie alle hier sind oder schön, dass Sie uns alle zuschauen. Mein Name ist Teresa Züger und ich darf ein paar einleitende Worte zu diesem Abend mit dem Titel Frozen Eye des Digitalen Salons sprechen. Und ich habe mir im Vorgang des Abends mal so überlegt, wie lange ist eigentlich Snowden her? Wer von Ihnen weiß das aus dem Kopf? Das ist jetzt zehn Jahre her. Im Sommer 2013 gab es die Snowden-Enthüllung und ich weiß noch, damals haben wir davon gesprochen, dass es quasi die Zeitrechnung vor und nach Snowden ist. Also damals war das eine gefühlte Zeitenwende mit dem Wissen über Überwachung, was plötzlich dann zugänglich war. Und was ist in diesen zehn Jahren alles passiert? Was hat sich alles in dieser Debatte verändert? Tja, also ich glaube, das ist eine Frage, die wir heute Abend vielleicht auch beleuchten können, weil man muss sich fragen, der Aufschrei über die Überwachung, den wir damals gehört haben, den spüre zumindest ich in der Gesellschaft heute so nicht mehr. Und wir müssen uns vielleicht fragen, warum ist das so? Hat sich wirklich die Situation verändert? Nicht, dass ich wüsste, die Rechtslage hat sich auch nicht verändert. Ja, gibt es vielleicht eine Resignation zum Thema Überwachung? Das ist vielleicht auch eine Frage, die uns heute Abend beschäftigen könnte. Oder gibt es eine Wissenslücke in der Gesellschaft, sich klar zu werden, in welchen Räumen welche Art der Überwachung stattfindet und was diese gesellschaftlich bedeutet? Und genau deswegen stehe ich auch heute Abend hier und darf ein paar einleitende Worte sprechen, weil wir uns mit dem Thema Gesichtserkennung auch in einem anderen Projekt beschäftigt haben, auf das ich kurz hinweisen darf. Es ging nämlich um ein Projekt, wo wir unter dem Titel KI menschlich erklärt, verschiedene KI-Technologien gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern erklärbar machen wollten und gemeinsam geschaut haben, was sind denn eigentlich die Fragen, die Bürgerinnen interessieren und mit welchen Methoden sollte man die erklären? Und eines der Dinge, was dabei rausgekommen ist, ist ein Online-Experiment, bei dem man KI, ja, Facial Recognition und Facial Detection, was da der Unterschied ist, werden sie dann dort erfahren, selbst testen kann und mehr darüber erfahren kann, wie diese Systeme technisch funktionieren. Und wir hoffen, dass der heutige Abend Sie auf diese Erklärung nochmal besonders neugierig macht. Sie dürfen die dann danach hier auf der Terrasse auch direkt ausprobieren und in den nächsten Tagen wird das System auch online zur Verfügung stehen. Genau, und ich hoffe, dass uns quasi der heutige Abend einfach nochmal einen Anstoß gibt, dieses Thema neu aufzuarbeiten, weiter darüber nachzudenken, weil, ja, Snowden sind zehn Jahre her, aber so wahnsinnig viel hat sich vielleicht in der Debatte dazu gar nicht verändert. Verändert? Großes Fragezeichen. Ich bin gespannt auf die Antworten unserer Gäste und gebe jetzt ab an die Moderatorin. Dankeschön. Vielen Dank. An Theresa Züger, ich habe jetzt ganz artig alle Fragen, die du hast, mitgeschrieben, damit wir die dann hier auch natürlich besprechen. Snowden hatte ich bislang gar nicht auf dem Schirm, aber natürlich zehn Jahre, können wir mal drüber reden. Also, vielen Dank für die einführenden Worte und damit legen wir los heute Abend hier im Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Mein Name ist Nancy Fischer. Ich versuche, dieses große Thema mit den Gästen heute so ein bisschen in diese 50 Minuten ungefähr reinzuquetschen. Am Ende natürlich auch noch Zeit für eure Fragen, sei es jetzt quasi per Ex, per Twitter, wie ich ja immer wieder lernen muss, oder eben hier direkt im Raum. Es gibt wahrscheinlich eine Menge Fragen. Es gab ja im Vorfeld einen kleinen Workshop dazu. Vielleicht ist da schon das eine oder andere im Kopf zum Thema Gesichtserkennung, was euch interessiert. Genau. Also, ich bin sehr neugierig, was wir hier besprechen wollen, denn das Thema Gesichtserkennung, denke ich mal, ist eins, was uns alle entweder jetzt schon im Alltag hier und da immer wieder begegnet oder in der Zukunft vermutlich eher mehr als weniger begegnen wird. Und deshalb ist das der digitale Salon zu Frozen Eye, der Zukunft der Gesichtserkennung. Und ja, das Ganze nicht nur einfach auf unseren Handys oder im Privaten, sondern vor allem im öffentlichen Raum wollen wir das besprechen. Und der öffentliche Raum ist tatsächlich riesig. Also, es ist der Bahnsteig, wo wir auf unseren Zug warten. Es ist der Eingangsbereich von einer Veranstaltungslocation wie dieser hier oder einem Konzertsaal, wo wir ein Konzert besuchen wollen. Oder vielleicht das Stadion in Paris, wo ich mir im kommenden Jahr die Olympischen Spiele anschauen möchte und dann gefilmt werden könnte. Wer in China lebt, für den ist es vielleicht der eigene Hausflur, wenn man die Tür öffnet und da schon direkt erkannt wird. Oder die Kantine, wo ich mein Essen mit meinem eigenen Gesicht bezahlen kann. Also, alles potenzielle Orte, wo Gesichtserkennung stattfindet oder stattfinden könnte in Zukunft. Und genau, wir wollen uns anschauen, wo wir da gerade hier in Deutschland stehen. Das vielleicht am Anfang und uns dann so langsam rauszoomen in den nächsten Minuten, wie die EU das ganze Thema gerade regulieren will und wie es eben auch weltweit aussieht. Denn das ganze Thema kann man gut finden. Stichwort Sicherheit kann man nicht so gut finden. Stichwort zu wenig Freiheit. Und wir müssen in jedem Fall darüber reden, was da gerade passiert. Und das tun wir mit den folgenden Gästen. Bei uns ist ein Mann, dessen Hauptjob eigentlich die Einhaltung vom Datenschutz ist. Professor Ulrich Kelber, Diplom-Informatiker, seit viereinhalb Jahren der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit der Bundesregierung. Er war vorher fast 20 Jahre SPD-Bundestagsabgeordneter für Bonn und in der Zeit auch ein paar Jahre Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesjustizministerium. Hallo Ulrich Kelber, herzlich willkommen. Vielleicht so überlegt, du hältst dich ja wahrscheinlich in deinem Alltag sehr viel unter Überwachungskameras auf. Fallen die dir eigentlich noch auf? Ich glaube auch nicht immer, aber dann, wenn sie mir auffallen, dass auch noch eine Behörde unter meiner Kontrolle ist, dann schaue ich hin, ob sie es wenigstens richtig deklariert haben. Ah, und wenn nicht, gibt es eine Rüge? Dann gibt es eine E-Mail an das Referat und die melden sich. Okay, sehr konsequent. Bei uns ist auch Pia Zombecki, Policy- und Advocacy-Managerin bei Algorithm Watch, eine Menschenrechtsorganisation mit SITZ hier in Berlin und auch in Zürich. Und Pia geht es darum, ADM-Systeme im öffentlichen Sektor zu regulieren. ADM, im Prinzip eigentlich ein anderes Wort für KI, oder Pia? Kannst du uns einmal kurz erklären, was da der Unterschied ist? Für alle, die dies noch nicht wussten, so wie ich auch im Vorfeld. Ja, das ist so ein bisschen dieser Brückenbegriff zwischen KI und allem anderen, was so dazwischenfällt, was mit automatisierten Entscheidungen zu tun hat. Also ADM heißt Automated Decision Making aus dem Englischen. Und wir versuchen häufiger eher mit diesem Begriff zu arbeiten, in den Kontexten, in denen es sozusagen mehr Sinn macht, irgendwie von der Funktion zu sprechen. Also dass eben automatisch Entscheidungen getroffen oder vorbereitet werden. KI ist halt so ein bisschen ein Fantasiebegriff, dem man jetzt aber nicht so richtig aus dem Weg gehen kann. Wenn auch wir nicht so richtig, also in Debatten auf Panels werden wir ihn natürlich auch irgendwie benutzen. Aber es ist immer noch so ein Hilfsbegriff, der eigentlich ja nicht unbedingt umschreibt, um was es geht. Danke. Erich Tuchtfeld ist hier Rechtswissenschaftler, Co-Vorsitzender von D64, sagt das T-Shirt auch, haben wir schon alle gelobt. Dem Zentrum für digitalen Fortschritt ist ein Berliner Verein, der eine progressive Digitalpolitik fordert. Und er beschäftigt sich damit, wie man soziale Plattformen regulieren kann, die Privatsphäre im Internet schützen kann. Also im Prinzip genau unser Thema heute Abend auch. Und er gehört auch den Bündnissen Reclaim Your Face und Hashtag BanBS, also Ban Biometric Surveillance, die biometrische Überwachung verbannen sozusagen. Also beides Bündnisse, die sich gegen Massenüberwachung im öffentlichen Raum einsetzen. Herzlich willkommen, Erik. Und damit ist eigentlich auch schon klar, du bist auch nicht der größte Fan wahrscheinlich von der Überwachung, über die wir heute sprechen wollen, der Gesichtserkennung. Das ist völlig richtig. Ich glaube, der Vertreter oder die Vertreterin der Sicherheitsbehörden, die hier die Fahne hochhält, warum wir unbedingt ganz viel Überwachung im öffentlichen Raum brauchen, die fehlt ein bisschen bei unserem Panel. Aber ich glaube, wir haben trotzdem ganz viele spannende Punkte, über die wir uns austauschen können. Das glaube ich auch auf jeden Fall, genau. Und wir fangen direkt jetzt mal langsam an, nachdem ich so lange vorgestellt habe, wer hier alles so sitzt. Genau, wie gesagt, diskutieren Sie gerne mit, wenn es Fragen gibt am Ende. Auf jeden Fall gibt es genug Zeit dafür und sonst können Sie auch gerne mal zwischendurch die Hand heben, Sie oder Ihr, je nachdem. Vielleicht eine Frage mal an alle im Raum, bevor wir so richtig einsteigen. Wer von Ihnen, wer von euch entsperrt sein Handy denn mit Gesichtserkennung? Ah, das haben wir da bestimmt über die Hälfte. Ach so, da, Ulrich. Da gibt es keine Probleme, oder? Kein schlechtes Gewissen. Nee, schlechtes Gewissen nicht. Mein Job ist ja auch nicht, überall zu schreien, geht nicht, sondern ich muss immer abwägen, sowohl bei den Sachen, die ich erlaube, als bei den eigenen, um dann gegen die Sachen vorzugehen, die tatsächlich problematisch sind. Bei meinem privaten Handy, auf dem bestimmte Dinge gar nicht drauf sind, habe ich für mich die Entscheidung getroffen. Okay. Das ist ja auch so ein kleiner, nur ein kleiner Ausschnitt, über das Private wollen wir nicht reden, wir wollen über den öffentlichen Raum reden. Und da würde ich gerne einmal wissen, worüber reden wir da eigentlich momentan in Deutschland? Also ich glaube, das Erste, was man immer vor Augen hat, ist eine Kamera, die irgendwas filmt, aber die gibt es ja eh schon lange und viel. Aber wenn wir über die Gesichtserkennung sprechen, auch die KI-basierte, was genau ist das? Also kann das einer von euch quasi uns technisch nahe legen? Welche Möglichkeiten gibt es da mittlerweile? Also ich glaube, ich würde an der Stelle sogar das Feld noch ein bisschen breiter aufmachen und gar nicht nur von Gesichtserkennung sprechen. Also gerade in Deutschland gab es zuletzt den Fall in Hamburg, da wurde zum Beispiel ein System eingesetzt am Hansaplatz. Es gibt auch eine Kundgebung am Samstag, wer zufällig da ist, kann gerne mal vorbeischauen und sich direkt mal dazu informieren. Und da ist es zum Beispiel gar nicht konkret Gesichtserkennung, die da gemacht wird, sondern da wird Bewegung erkannt. Da wird dann geschaut, wird da geschlagen, ist jemand gefallen? Also es ist sozusagen noch ein viel breiteres Spektrum, um was es da geht und von Fällen von wirklich so Gesichtserkennung muss man immer so ein bisschen gucken, wo ist das wirklich da? Weil da natürlich Datenschutzfragen auch dahinter stecken, die beachtet werden. Da kann uns Herr Kelber, glaube ich, noch viel mehr zu erzählen, warum das problematisch ist in vielen Fällen. Aber was wir eben auch immer wieder in Untersuchungen sozusagen feststellen, ist, dass einerseits Unternehmen ja auch teilweise vorgeben zu können, dass sie von Bewegungen zum Beispiel Personen auch identifizieren können. Also allein am Gang zum Beispiel jemanden identifizieren zu können, das geben auch Unternehmen an teilweise, ob das dann jedes Mal so wirklich hundertprozentig klappt. Genauso wie bei der Gesichtserkennung ist schwierig, aber in so einem Fall wie jetzt am Hansaplatz wird sowas halt eben auch besprochen. Dass das auch eine Gefahr darin ist, selbst wenn da jetzt vielleicht nicht auf die Gesichtszüge so per se geguckt wird. Also ich glaube, das wird uns vielleicht für die genau weitere Unterhaltung helfen, das so ein bisschen weiterzudenken, auch biometrische Überwachung. Ich würde den Punkt gerne unterstützen. Das ist, was auch in vielen Städten auch schon im Einsatz ist. Also Mannheim hat zum Beispiel was ähnliches auf dem Bahnhofsvorplatz. Kassel gibt es, glaube ich, ähnliche Systeme. Und die Grundidee ist, dass Anomalien entdeckt werden und dann gemeldet werden. Und dann können Polizisten und Polizistinnen sich das anschauen, also werden quasi gewarnt und gemeldet. Und wenn man darüber nachdenkt, was diese Systeme machen, dann ist es ja wirklich, dass unterteilt wird in regelkonformes und auffälliges Verhalten. Also es geht nicht darum, ob es legal ist oder illegal ist, es geht nicht darum, wie das jetzt zumindest bei der Gesichtserkennung in der Regel transportiert wird, dass man schwer Verbrecherinnen und Verbrecher fangen möchte, sondern es geht einfach nur darum, den öffentlichen Raum möglichst allgemein zu überwachen und dann jede Anomalie gemeldet zu bekommen und dann eine menschliche Überprüfung zu vollziehen. Und dieses Suchen nach Anomalien, das passt eigentlich nicht zu einer liberalen Gesellschaft, würde ich sagen. Weil das eben die feste Annahme von Regelzustand und Abweichung ist. Und eine liberale Gesellschaft lebt ja aber eigentlich von der Diversität, in der ganz viele Menschen sich unterschiedlich bewegen und unterschiedliche Dinge machen können und nicht nur, weil sie einen unauffälligen Gang haben, jedes Mal bei der Polizei eine Meldung auslösen. Und es gibt, das ist ja dieses Thema beschrieben, die eben nicht nur mit Gesichtserkennung, sondern auch mit eben zum Beispiel Gang oder ähnlichen persönlichen Auffälligkeiten arbeiten, die zu erkennen. Die waren, wenn ich mich nicht täusche, zumindest in der G20 oder G8, G20 Aufklärung in Hamburg. Da hat die Polizei die tatsächlich dann, soweit ich weiß, retrospektiv eingesetzt und versucht, Straftäterinnen und Straftäter zu erkennen aufgrund von, naja, sagen wir mal, Auffälligkeiten im Gang oder ähnlichem, um dann eben, ohne dass es Gesichter erkannt werden können oder ähnliches, zu versuchen, zu identifizieren, welche Personen dort waren. Also diese Systeme sind schon im Einsatz. Gucken wir uns mal dieses Am-Hansa-Platz an, weil davon habe ich auch gelesen, es geht da um Schubsen, um Treten, wenn jemand taumelt oder beispielsweise auch sich defensiv Körperhaltung hat oder eine aggressive Körperhaltung. In Sachen, wo ich jetzt, wenn ich es gut fände, sagen könnte, naja, da guckt ja die Polizei so oder so hin. So spart sie halt Personal und kann dann mal draufschauen, wenn was passiert. Wie siehst du das, Ulrich Kelber? Ist das was, wo man sagen kann, es ist schon okay, dass sie das da so machen? Weil offensichtlich dürfen sie es ja auch. Also wir müssen uns auf jeden Fall jeden dieser Versuche anschauen. Südkreuz ist ja die zweite Stufe auch ein Versuch, so etwas zu bekommen. Die Erkennungsraten sind übrigens schlecht, das ist eine der weiteren Probleme. Man muss sich immer anschauen, erhöht es tatsächlich so einen Konformitätsdruck? Nimmt bewusst oder unbewusst das Gefühl zu, ich werde laufend beobachtet und jemand anders bewertet das. Jetzt aktuell, später, ich werde in Gruppen eingeordnet, ich werde eventuell einfach verdächtigt. Ich kann auch Zielobjekt einer Repressionsmaßnahme sein. Das war ja dann der Streit zwischen uns und der Bundespolizei in der Auswertung des Versuchs am Südkreuz hier, dass wir sehr unterschiedlich die Zahlen bewertet haben, was das eigentlich bedeutet. Und die Bandbreite nimmt halt zu. Wir haben die Echtzeiterkennung und die Retrospektive, wo wir jetzt auch sagen, mein Gott, da gibt es jetzt ein Video von der Aufnahme eines Einbruchs oder eines Überfalls. Und den jetzt zu versuchen, aus diesem Video der festgestellten oder mindestens stark vermuteten Straftat zu versuchen, kennen wir jemand davon, ist natürlich anders zu bewerten, als 89.000 Menschen, die jeden Tag in den Bahnhof gehen, alle durch ein System erfassen zu lassen und zu gucken, kenne ich den und dann eben durchaus, kann man vielleicht nachher drauf kommen, mit hohen Fehlerraten auch behaftet zu sein. Oder eben die Frage, was ist denn etwas, worauf später niemand komisch guckt. Ist das, wenn ich meinem Kumpel auf die Schulter haue, wenn man sich stärker umarmt als andere, was ist denn mit so einem freundschaftlichen Geschubse unter Teenagern, geht sowas noch? Darf man überhaupt in einer größeren Gruppe zusammenstehen? In Hamburg darf man zu Demos gehen, bei denen man weiß, da nehmen vielleicht auch gewaltbereitere Gruppen zu. Und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird irgendwo am Rande was passieren. Oder werde ich dann schon mal biometrisch erfasst? Bis dahin, dass eben tatsächlich die Systeme noch weitergehen. Auch wer hat gerade eine aggressive Grundstimmung in den Gesichtszügen? Bei wem ist Spannung im Stimmbild zu nehmen? Die Anbieterinnen und Anbieter sind ja jeden Monat dabei und präsentieren etwas anderes. Es geht ja immer danach, dass sie glauben, Wahrscheinlichkeiten oder Gesetzmäßigkeiten aus Beobachtungen ableiten zu können. Vieles davon ist natürlich Humbug und hält keiner Überprüfung stand. Aber das sind dann zum Teil die gefährlichsten. Weil dann wird irgendwas vermutet. Wir kennen alle diese Fernsehserie, oder nicht alle, So eine Fernsehserie, wo die immer so aus Mikro-Gesichts ausdrücken, was schließen wollen, ob jemand lügt oder der Täter war, ist ja etwas völlig Umstrittenes. Und nur weil es Computer machen, ist es auf einmal angeblich richtige Wissenschaft und keiner stellt das mehr in Frage. Und in diesem Spannungsfeld ist irgendwas, was uns davon abhält, eigentlich unsere Freiheitsrechte auszuleben, zahlt das massiv ein und es kommt halt jede drei Monate irgendwas Neues obendrauf. Es wird ja nie was weggenommen. Es kommt immer was Neues drauf an Überwachung, Beobachtung und Auswertung. Du hast ja gesagt, wir gucken uns solche Versuche, wie gerade in Hamburg, vielleicht auch in anderen deutschen Städten, natürlich Südkreuz haben wahrscheinlich die meisten von uns mal gehört, immer genau an. Und wenn wir nochmal aufs Südkreuz schauen, weil das wollen wir natürlich besprechen heute. Also es ist mittlerweile sechs Jahre her, dieser Testversuch. Und damals hat der damalige Innenminister, Horst Seehofer, gesagt, das verlief alles sehr erfolgreich und könnte eine große Hilfe sein für polizeiliche Arbeit. Und jetzt hast du gerade gesagt, die Fehlerquote war so hoch. Ich meine, 80 Prozent wurden damals erkannt und falsch erkannt. Also die Falschstrefferrate waren wohl unter 0,1 Prozent. Also einer von tausend. Dazwischen die 20 waren irgendwas. Also weder falsch noch richtig. Einfach nicht zugeordnet. Ist das so schlecht gewesen, dafür, dass es auch schon sechs Jahre her ist? Ja, ist es. Und es ist auch nicht so viel besser geworden an anderen Vergleichen. Wobei man eben tatsächlich auch nicht beides hinbekommen hat, die geringe Fehlerquote und die hohe Erkennung. Auch da ist natürlich aus meiner Sicht schon in der politischen Auswertung geschummelt worden. Aber das Spannende ist, es war eben nur eine politische Auswertung. Und ganz wichtige Größen, um das einschätzen zu können, was das bedeutet, sind in der Auswertung gar nicht genannt worden. Also 89.000 Menschen waren es damals, die täglich diesen Bahnhof aufgesucht haben. Und jetzt ist ja die Frage, wie viele von denen, die man ja eigentlich sucht, glaubt man denn, dass sie am Tag diesen Bahnhof betreten? Jetzt sagen wir mal, es sind vielleicht sogar, weil es Berlin, haben wir ja von Horst Seehofer und von Markus Seder gehört, Fuhl der Verbrecher. Zehn gesuchte Verbrecher betreten täglich Südkreuz. Dann hieße das immer noch bei diesen Werten, dass von jeweils acht Alarmen nur einer richtig ist. Siebenmal rückt die Polizei aus, greift sich jemand aus der Menge, der diese Person nicht ist. Würde nur ein gesuchter Verbrecher pro Tag bei dieser Rate in Südkreuz sein, wären 99 von 100 Zugriffen Fehlalarme. Das heißt, von 100 Mal würde 99 Mal jemand Augenblick mal, kommen Sie bitte mit, weisen Sie sich aus, was andere auch beobachten können, kann traumatisierend auch sein. Passiert ja auch nicht mehr als 55-jährigen biodeutschen Weißen, sondern passiert junge Frauen mit dunklerer Hautfarbe und anderen eben überdurchschnittlich häufig. Und ja, für mich ist das ein großes Problem. Das ist so lange her schon, dieses Thema Südkreuz. Ist das in der aktuellen Debatte, spielt das bei euch noch eine Rolle? Weil man könnte jetzt da sagen, gut, Horst Seehofer fand es gut, ist nichts draus geworden so richtig, können wir ad acta legen eigentlich. Das ist doch eigentlich eine gute Nachricht. Also, dass Horst Seehofer nicht mehr Innenminister ist, das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Das hast du gesagt. Und das mag auch damit zusammenhängen, also es ist jedenfalls mein Eindruck, dass man nach, also soweit ich das mitbekomme, hat man jetzt nach Südkreuz nicht gesagt, also die Politschaft, man hat es versucht, als Erfolg zu verkaufen, trotzdem hat man ja danach nicht gesagt, man führt es jetzt an allen Bahnhöfen der Bundesrepublik ein. Wahrscheinlich, weil der Bundesdatenschutzbeauftragte auch nicht so ganz damit einverstanden gewesen wäre. Weil die Rechtsgrundlage dafür auch fehlen würde. Genau, wobei das hätte man ja versuchen können, politisch zu schaffen. Die Frage, ob das europarechtskonform möglich gewesen wäre. Aber diese Versuche gab es ja dann nicht. Also mein Eindruck ist tatsächlich, dass auch mit dem, vielleicht auch mit dem Regierungshäste, das alles so ein bisschen abgeflaut, dann kam auch einfach Corona, man hatte quasi andere Dinge, um die man sich kümmern müsste. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass wir, also global, wir wollen ja auch ein bisschen vom Kleinen ins Große gehen, kann man das schon beobachten, dass das immer weiter zunimmt und dass biometrische Gesichtserkennung eine immer größere Rolle spielt und dass deswegen auch diese, ja jetzt sehr, also heftige und organisierte Reaktion aus der Zivilgesellschaft seit mehreren Jahren folgt, mit Ben Biometric Surveillance als globales Bündnis, wo ganz viel auch lateinamerikanische, nordamerikanische Partnerinnen und Partnerorganisationen mit im Boot sind, hier auf europäischer Ebene reclaim your face, also der Anspruch der Zivilgesellschaft auf diese zunehmende Überwachung dann zu reagieren und jetzt das nicht so schleichend passieren zu lassen, sondern dann auch organisierten Widerstand zu leisten und ich glaube, dass man dem auch das, also die aktuelle Debatte verdankt und dass es eben nicht einfach unter dem Radar läuft und eingeführt werden kann, sondern dass wir jetzt zum Beispiel auf europäischer Ebene im AI-Act, die zumindestens das Verbot der echtzeit, biometrischen Echtzeitidentifizierung diskutieren und das Parlament sich jedenfalls dafür ausgesprochen hat. Pia, möchtest du ergänzen? Ja, genau, ich würde vielleicht noch einen Punkt ergänzen und zwar ist mein Eindruck schon aber auch, dass so ein bisschen versucht wird teilweise auch von der biometrischen Gesichtserkennung auch so ein bisschen über die anderen Wege so abzulenken oder so ein bisschen sie zu umgehen teilweise auch oder eben nicht ganz transparent eben darüber zu sprechen, dass auch mit diesen Kameras, die jetzt irgendwie biometrie-tauglich sind und das sind einfach die im so State-of-the-Art-Tech-Bereich, sage ich jetzt mal, dass die auch immer noch für biometrische Gesichtserkennung eingesetzt werden könnten, wenn man wollte, auch wenn man es dann vielleicht nicht legal macht in dem Moment, also ich unterstelle es jetzt nicht irgendwie den Sicherheitsbehörden an sich, aber es ist schon vielleicht weniger thematisiert dann, dass es ja immer noch eine Möglichkeit ist, auch wenn man jetzt sagt, nee, wir legen dann eine Software drüber und dann wird das Gesicht verpixelt oder nee, die Personen, die zum Beispiel deren Bewegung wir untersuchen, das sind dann irgendwie Strichfigürchen oder so, also da braucht man ja doch sehr viel Vertrauensvorschuss, finde ich jetzt so, als Bürgerin, dass man das dann ja auch so annimmt, dass das dann nur so genutzt wird, weil Sicherheit dafür gibt es ja dann trotzdem nicht, also mir fällt da auch so auf deutscher Ebene noch einen Fall ein oder nicht ein Fall, aber da hatte die Deutsche Bahn gerade in Corona-Zeiten zum Beispiel Tests gemacht zu Videoüberwachung, die Personenflüsse auch in Zügen untersuchen sollte und da sollte eben drauf geguckt werden, halten die Leute genug Abstand, also es ist jetzt nicht überall eingeführt, keine Sorge, aber es ist sozusagen pilotiert worden und da wurde eben auch jetzt Förderung an ein Start-up versprochen, das eben damit wirbt, Gesichter so zu verzerren, dass man die Person nicht mehr persönlich sozusagen im Gesicht erkennen kann, aber was man zum Beispiel immer noch könnte, ist halt eben die Person zu kategorisieren, also zu schauen, ist das eine Frau vielleicht mit langen Haaren oder ist das eine weiße Person oder nicht und solche Identifizierungen sind dadurch ja auch immer noch möglich und überall wird halt sozusagen dann aber betont in den Werbemaßnahmen dazu, dass hier ganz besonders auf Datenschutz geachtet wird und also ich frage mich so ein bisschen, inwiefern da so jemandem auch, genau vielleicht Herrn Kälber neben mir, irgendwie was Gutes getan werden will, um diese, indem man diese Dinge alle so versucht, so abzufedern, schon von vornherein, also das ist so ein bisschen mein Blick darauf, nachdem ich sozusagen mich versucht habe, so ein bisschen einzulesen, irgendwie verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten eben, die man auch so hat im großen Komplex Videoüberwachung sozusagen heutzutage, genau. Also vielleicht können wir die Frage nochmal weitergeben, ich meine im öffentlichen Raum reden wir jetzt ganz oft eben von Tests, von Versuchen, von dreimonatigen Probephasen, aber wenn wir über sowas reden, was jetzt auch wirklich schon stattfindet, beispielsweise wie die Polizei arbeitet, die das ja schon häufig einsetzt, auch sozusagen in ihrer Ermittlungsarbeit, wie ist es denn, was ist denn eigentlich so richtig die Rechtsgrundlage hier in Deutschland, bevor wir gleich auch mal auf den AI-Act gucken, der jetzt schon zweimal angesprochen wurde, also können Sie uns, oder kannst du uns nochmal einmal zusammenfassen, was darf im Moment eigentlich gemacht werden? Das ist bestimmt ganz einfach, das zu sagen. Ist es natürlich leider nicht, alleine schon, weil natürlich zum Beispiel die Polizeigesetze natürlich in den Ländern sind, es gibt wieder ein Bundespolizeigesetz, das ist gerade in der Novelle, also wird bald da was anderes sein, die Frage, was ein Bundeskriminalamt machen darf, was dürfen auch noch weitere Sicherheitsbehörden machen, was darf auch stattfinden im unmittelbaren Schutz von zwar öffentlichen Gebäuden, aber die halt nicht öffentlich-öffentlich sind, sondern zum Beispiel also Video- oder Sicherheitsüberwachungen, das ist sehr unterschiedlich, vieles von diesen spannenden Fragestellungen wird oft, wenn sie nicht mehr im Piloten sind, auf Generalklauseln gestützt, das halten wir für nicht tauglich, weil wir sagen, wenn man sowas tut, dann muss es spezialgesetzlich transparent geregelt werden, man muss nachweisen, dass man eine Abwägung vorgenommen hat, muss zeigen, wie man die Auswirkungen abmildert, wie man wirklich informiert, alles das muss stattfinden. Da habe ich ja auch die dreifache Aufgabe, ich darf die Öffentlichkeit sensibilisieren, das wäre es, wenn ich sage, halte ich für völlig falsch und ist vielleicht sogar, wird am Ende vom Verfassungsgericht scheitern, da haben wir fast 90% der Fälle bisher richtig gelegen, wenn wir das vor einem Gesetz gesagt haben, ich darf prüfen, ob europäisches Recht gebrochen wird, also DSGVO oder JI-Richtlinie und das Letzte ist aber auch Beratung, das heißt, in der Beratung gehört dazu, ich weiß, sie wollen dorthin und ich versuche ihnen halt zu helfen in der Beratung, dass sie es möglichst nah an, also nicht nur gesetzeskonform, sondern möglichst Datenschutz- und Bürgerrechtsfreundlich machen. und da stoßen wir auf viele Geschichten, ich halte das, wie gesagt, mit der, dass man gestoßen wird nach dem Motto, da passiert irgendwas, schon für schwierig, weil das natürlich auch ein Bias, auf was reagiert die Polizei da legt, aber es gibt auch andere Fragestellungen, also die Polizei identifiziert zum Beispiel an einem Ort, wo sie Videoüberwachung machen darf, identifiziert eine Person in der Menge und es ist unglaublich schwierig, dieser Person durch eine große Menge als Mensch zu folgen, ein System, also Systeme, die schaffen dann zu sagen, also ich markiere eine Person und der will ich jetzt eine Zeit lang auf dem Videobildschirm, vielleicht auch von einer Kamera, zur anderen folgen, ist das eigentlich noch legitim, das sind so die Fragestellungen, die auf uns zukommen und wie gestalte ich das, in dem Augenblick versuche ich keine Auswertung, keine Erkennung zu machen, sondern ich verbessere sozusagen die Möglichkeiten, dass ich mit weniger Leuten das Gleiche tun, da gibt es dann schon Dinge, die auch möglich sind, aber es ist wirklich, es ist ganz viel Detailarbeit dann auch und eben die Gefahr, es kommt immer drauf, das muss man immer dazu sagen, das ist da, wo ich das Skeptische bin nach dem Motto, ihr müsst auch mal woanders was runternehmen, wenn ihr woanders was drauflegt in der Überwachung, damit der Gesamtdruck nicht steigt, damit eben dieses permanente Überwachungsgefühl nicht entsteht, dass das Verfassungsgericht ja angesprochen hat als Gefahr für eine freie Gesellschaft. Woanders was runternehmen, ich überlege gerade, wo das sein könnte, aber das ist dann vielleicht ein anderes Thema oder hast du sofort eine Idee, wo? Naja, also in meinem letzten Tätigkeitsbericht habe ich zuerst gesagt, dass manche der Dateien, die mal in den Schiele-Gesetzen geschaffen wurden oder später, von denen wir sogar feststellen, dass sie in Wirklichkeit gar nicht gut genutzt werden, dass man die auch mal abschaffen kann, in der Form, also Antiterrorismus-Datei, eine Rechtsextremismus-Datei, nicht weil ich glaube, dass man nicht mehr gegen Rechtsextremismus machen will, nur diese Datei ist völlig überflüssig, also an solchen Stellen könnte man Dinge tun, man muss aufpassen in dem ganzen Bereich von Staatstrojanern, Quellen, TKÜ und Ähnliches, also immer dort, wo die Maßnahme praktisch auf alle oder auf ganz große Teile der Bevölkerung ausgedehnt wird, um ganz wenige zu finden und stattdessen besser Maßnahmen machen, wo ich da, wo ich schon etwas habe, dann versuche mit Unterstützung von Technik schneller, zielgerichteter und am Ende auch gerichtsfest die Dinge nachweisen zu können. Vielleicht eine Ergänzung dazu, weil wir gerade ja in der Anmoderation im Input haben wir darüber gesprochen, ob Edward Snowden, da hat man das Gefühl einer Zeitenwende, jetzt kommt vielleicht der globale Aufschrei gegen staatliche Überwachung und jetzt fragt man sich, ist das wirklich eingetreten und ich glaube, die Zeitenwende, die man hatte, die war wirklich 2001, das war nach wie vor der 11. September 2001 als Zeitenwende in der Sicherheitspolitik. Es gab auch in den 90er Jahren schon problematische Sachen, es gibt auch, wenn man zurückblickt, in Zeiten der SRF-Terrorismus gab es eine Historie, quasi eine Welle an Gesetzen, die damals Richtung mehr Überwachung gingen und quasi Startpunkte waren für das, was wir seitdem erleben, aber eigentlich gibt es seit 2001 einen fortwährenden Druck immer weiter Überwachung auszubauen und das betrifft eben alle Bereiche. Also wir haben die Kamera- und Videoüberwachung im öffentlichen Raum, wir haben einen massiven privaten quasi Überwachungskapitalismus, auf den ja der Staat zurückgreifen kann, also wenn es Strafverfolgungsmaßnahmen oder ähnliches gibt, dann versucht der Staat an all diese Daten der privaten Anbieter zu kommen und sie sich zunutze zu machen, um dann Informationen über Individuen zu erlangen. Wir haben die Debatte über die Vorratsdatenspeicherung jetzt seit 15 Jahren, wir haben mit der Chat-Kontrolle, also man kommt vom Hundertsten ins Tausendste, also dem Ziel, dass private Nachrichten auch überwacht werden und gelesen können und es gibt, glaube ich, es gibt oft so eine Art Dammbruchmoment, also da versucht man irgendwas das erste Mal einzuführen und dann gibt es eine Phase der Etablierung und mit einem Mission-Creep, bei der man dann, also da hat man irgendeine Technologie zum Beispiel eingeführt, da hat man gesagt, man hat jetzt das erste Mal irgendwo eine Befugnis, absolute Ausnahmebefugnis, für den Staatstrojaner, also dafür, dass der Staat eine Software installieren darf, um ein Endgerät auszuspähen und dann folgt der Mission-Creep, dann guckt man, ach, gibt es nicht noch andere Funktionen, andere Aufgaben, für die man diese Software dann verwenden könnte, weil der Damm ist ja schon gebrochen und dahinter kann man dann weitergehen und das ist eben in der Sicherheitsgesetzgebung der letzten 20 Jahre sehr gut zu beobachten. Dann ist es doch aber eine sehr, sehr gute Nachricht, was momentan sozusagen auf europäischer Ebene passiert. Das müssen wir uns natürlich im Detail angucken, aber genau das wurde im Sommer quasi verabschiedet, die erste Verordnung über künstliche Intelligenz, also dieser AI Act, von dem vielleicht der eine oder die andere gehörte zum Prinzip weltweit einmalig bislang im Gesetz, was künstliche Intelligenz ein bisschen regulieren soll und der auch die automatische Gesichtserkennung verbieten will. 2024 soll es vermutlich in Kraft treten. Mal gucken, es wurde jetzt erst mal so grundsätzlich gelobt, aber vielleicht gucken wir es uns mal im Detail an. Ist es so was, wo ihr sagt, Pia beispielsweise, finde ich eigentlich grundsätzlich gut oder gibt es da viele kleine Abzweigungen, wo man doch noch mal genauer hinfragen muss? Ja, ich befürchte, ich muss ein bisschen den Downer hier reinbringen. Also an sich, die Idee war gut. Die Kommission hatte ja in dem Entwurf schon geschrieben, also die Kommission schreibt ja den Entwurf dann für die Regulierung und hatte da eben schon reingeschrieben, biometrische Fernidentifizierung, so nennen die das da, soll verboten werden europaweit und die deutsche Bundesregierung hatte das eigentlich auch schon in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben, biometrische Fernidentifizierung sollte europarechtlich ausgeschlossen werden. Da gab es sozusagen diesen Sink, also diese Überschneidung. Gleichzeitig hatte die Kommission aber schon eine ganze Liste an Ausnahmen auch schon mit reingeschrieben. Das ist immer so ein bisschen so, der Teufel steckt natürlich im Detail und das sind dann doch so viele, dass ich jetzt nicht mehr glaube ich alle aufzählen könnte. Also es ist wirklich, es gibt dann sozusagen Gründe, warum man dann eben das doch einsetzen könnte. Sowas wie, es werden Kinder vermisst oder Opfer von Gewalttaten sollen aufgespürt werden. Also es gibt dann doch eine ganz lange Liste an Ausnahmen und der Rat, also sozusagen die Mitgliedstaaten in der EU haben dann danach ihre Position eingereicht und eben nochmal auch so eine Generalklausel, wie Herr Kelber das eigentlich schon vorformuliert hatte, nochmal dazugepackt. Also den Grund nationale Sicherheit nochmal draufgesetzt, unter dem man dann irgendwie alles mögliche fassen kann. Und unsere Perspektive darauf war dann schon sehr, genau, wir waren dann sehr ernüchtert sozusagen an, spätestens an dieser Stelle, weil man natürlich irgendwie ein Verbot so verwässern kann, dass es irgendwie keinen wirklichen Effekt mehr hat. Das Parlament hat es jetzt eben im Sommer versucht, so ein bisschen wieder ins Gleichgewicht zu bringen mit ihrer Position, hat eine kleine Ausnahme mit reingenommen. Ich denke, das ist in den Parlamentsverhandlungen zwischen den verschiedenen Parteien dann so entstanden, wo eben gerichtlich eine Erlaubnis klargegeben werden muss, damit man das nachträglich noch mit KI untersuchen kann, Videomaterial und eben versuchen kann, Personen zu identifizieren und auch vor allem dann, wenn eben schwere Straftaten schon vollzogen wurden, wobei da auch der kleine Haken dran ist, es ist nicht europaweit genau irgendwie harmonisiert, was eine schwere Straftat ist, also verschiedene Länder könnten das wahrscheinlich auch verschieden auslegen, so habe ich das verstanden, aber die europäische Parlamentsversion ist schon noch so mit die beste, sage ich jetzt mal, aber sie hat sich jetzt nicht final durchgesetzt, die Verhandlungen sind nicht abgeschlossen bisher und das wackelt schon auch sehr an der Stelle, ob dieses Verbot dann wirklich wirken kann als Verbot. Und wenn wir uns aber sozusagen die Ausnahme angucken, klar, nationale Sicherheit ist so ein weites Feld, ich glaube, da ist klar, da kann jeder irgendwas reininterpretieren nach Staat, wie es mir gerade passt, das wird schwierig, aber wenn wir sagen, wir suchen ein vermisstes Kind, gibt es denn nicht auch Gründe für euch, wo ihr sagt, okay, da ist es auch legitim, das einzusetzen oder ist es per se was, was einfach keine Rechtfertigung hat? Also wenn ihr euch mal als Anwälte dieses genaue Themas einsetzen müsstet. Ja, also das ist natürlich sehr schwierig, weil das sind ja genau die Fälle, also quasi gerade Kinderschutz ist eigentlich, also Terrorismus und Kinderschutz sind so die zwei großen Themen, die man eigentlich in Sicherheitsgesetzgebung hat, mit denen argumentiert wird. Ich glaube, dass das durchschlagende Argument ist für mich diese Systematik, die man eben in Sicherheitsgesetzgebung sieht, also wenn wir biometrische Echtzeit- Identifizierung, Fernidentifizierung erlauben, für einen bestimmten Bereich, für einen ganz engen Bereich, nur für vermisste Kinder, dann haben wir quasi den Dammbruch, dann wird es eingeführt, dann wird die Technik angeschafft, dann wird eine Infrastruktur geschaffen, die biometrische Fernidentifizierung ermöglicht und dann wird es, das ist quasi nahezu absolut sicher, bei der nächsten Überarbeitung, dann braucht es nur einen großen Terroranschlag oder ähnliches, da hat man diese Infrastruktur und dann wird man das ausweiten auf andere Zwecke und dann stellt sich natürlich die Frage, also warum, wenn wir diese Technologie haben, warum setzen wir sie dann nicht ein, wenn wir damit Menschenleben retten können und dann kann man natürlich gut argumentieren, ja, also ist euch wirklich der Datenschutz dann wichtiger als das Menschenleben, also das lässt sich ja recht einfach aufmachen, diese Art der Debatte und ich glaube deshalb, dass man wirklich diese klaren Grenzen einziehen muss, die auf Infrastrukturebene letztendlich funktionieren, also wollen wir ganz grundsätzlich, dass biometrische Fernidentifizierung gibt, ja oder nein, weil das nein, aber wird dazu führen, dass das aber immer größer wird und kaum noch einzufangen ist und das ist auch ein bisschen mein Problem mit der Positionierung des Parlaments, die biometrische Echtzeitidentifizierung soll zwar nach dem Parlament verboten werden, das ist auf jeden Fall schon ein großer Gewinn, ich glaube auch für die Zivilgesellschaft, aber die Retrospektive, also die nachträgliche Identifizierung, die möchte ja auch das Parlament unter engen Voraussetzungen ermöglichen und das führt natürlich so nach den Prinzipien von Angebot und Nachfrage schon dazu, dass es eine Nachfrage nach einer bestimmten Art von Software auch gibt, nach einer bestimmten Technologie und die dann auch entwickelt und verbessert wird, sodass sie vielleicht dann bereitsteht, wenn man irgendwann dann die Echtzeitidentifizierung auch haben möchte. Also erstmal ist der Einsatz von KI eigentlich überhaupt für Sicherheitsbehörden geraten? Ja, natürlich, also wenn die nach einem großen Kindermissbrauchsskandal oder Kinderpornografieskandal und mal das Beispiel, das hier immer als Totschlagargument gegenüber Datenschützern verwendet wird, auch bei anderen ganz schweren Strafdaten, wenn die ganz große Mengen von Daten beschlagnahmen, dann möchte ich, dass die Tools haben, mit der sie diese Daten in einer vernünftigen Form sich anschauen können und nicht per Hand irgendwas tun müssen. Wenn die eine Aufnahme von einer Einfahrt an dem Kindergarten haben, dann sollen sie diese Werte versuchen, anhand von Fotos, die sie von möglichen Verdächtigen haben, abzugleichen. Wenn sie an einer Stelle eine Entführung hatten, dann sollen sie abgleichen dürfen, ob an dem Tag in irgendeiner der Geschwindigkeitskontrollen das gleiche Nummernschild aufgetaucht ist, um vielleicht rauszukriegen, in welche Richtung das weitergegangen ist. Und über viele dieser Punkte sind Tools auch erlaubte Kombinationen von Daten bei schweren Straftaten. Worüber wir uns immer unterhalten ist, bringt es wirklich was auf den Haufen von Daten, einen weiteren Haufen von Daten draufzuwerfen, aus der Überwachung aller, plus eben dem Versuch, es immer weiter auszuweiten, früher war es ein bisschen zu Urheberrechtsverletzungen, oder schließen wir vielleicht als erstes auch die Lücken, die es an anderer Stelle in der Verfolgung dieser Straftaten gibt. Und gerade auch bei den geschilderten Fällen gibt es natürlich Dinge, die in Deutschland noch schlechter laufen als bei anderen Ländern, die bessere Benchmarks in der Polizeiarbeit in diesem Bereich haben. Ich glaube, dass beim AI-Act viele gute Geschichten drinnen stehen. Mal schauen noch aus dem Trilog mit dem Parlament noch Verbesserungen mit klaren Ausnahmen. Und wenn es erst mal Moratorien sind, müssen wir sagen, wir müssen da auch noch mehr verstehen. Was ich eben nicht glaube, was manchmal aus der Zivilgesellschaft kommt, zu sagen, es muss eine staatliche Institution geben, die praktisch jeden Algorithmus, der dann als KI gekennzeichnet wird, ganz oft ist es ja gar nicht im engeren Sinne KI, und dann erlauben muss, dass der zugelassen wird. Das funktioniert nicht. Wir unterhalten uns heute über Hunderttausende, Millionen Systeme, teilweise mit zwei, drei Updates pro Tag. Das wird nicht funktionieren. Also so eine Art Selbstdeklaration wird stattfinden müssen. Die Frage ist, wie stark kann ich reingehen, wenn das Bereiche, staatlicher Einsatz, aber eben auch privat, da passiert ja auch unglaublich viel, nur dass wir nicht sofort die gleichen Repressionsmethoden haben, aber ob es wirklich ungefährlicher ist, bezweifle ich, dann reinzugehen, wenn jemand eben etwas, was kritisch war, gemacht hat, aber sich nicht an die Regeln gehalten hat. Es ist ja nicht immer, dass es verboten ist, sondern ich muss nachweisen, dass ich keine diskriminierenden Maßnahmen habe, dass ich das laufend beobachte, dass ich bestimmte Qualitäten habe, dass ich es erklären kann, dass ich eine Transparenz habe, dass Betroffenenrechte wahrgenommen werden können, dass ich eine Möglichkeit habe, mich an einen Menschen zu wenden, der die Entscheidung, die dahinter steht, noch überhaupt verändern kann, in Realität verändern kann. Also nicht der Bankmitarbeiter, der, wenn er ein rotes Kreuz vor sich hat, sagt, sie kriegen den Kredit nicht. Sondern tatsächlich eingreifen kann und sagen, Gerd, bei Ihnen ist die Situation wirklich anders, meine Entscheidung, ich übertünche jetzt sozusagen das vom KI-System. Alles das muss da rein, dann haben wir schon Möglichkeiten, das in Griff zu bekommen und immerhin ist es der erste echte Versuch, weltweit sowas zu tun. Wir werden sicherlich in zwei, drei Jahren ab dem Inkrafttreten Dinge lernen, die bei einer Evaluierung dann weitergehen müssen und da, wo wir halt ganz unsicher sind, muss man auch mal sagen, ja, da kann auch mal ein Moratorium notwendig sein, da müssen wir erst noch mehr erfahren, um zu wissen, ob wir das auf die Gesellschaft loslassen können. Jetzt loben wir das so, also mit aller Kritik natürlich, aber es ist immerhin mal ein Versuch, irgendwie das große Thema KI einzudämmen und da schert auch schon irgendwie das erste EU-Mitgliedsland gleich aus, also ich spreche jetzt in dem Fall mal über Frankreich, die haben im März den Artikel 7 im Sicherheitsgesetz geändert, danach können Videos, die von bestehenden oder neuen Überwachungssystemen aufgezeichnet werden, von Algorithmen bearbeitet werden. Was bedeutet das? Das bedeutet de facto wahrscheinlich auch im kommenden Sommer dann beispielsweise Olympia 2024 im Stadion, vorm Stadion, rund ums Stadion, in anderen öffentlichen Einrichtungen, wir können überwachen und das auch noch mit quasi von Algorithmen bearbeiten lassen. Das ist so ein bisschen, wo ich mich gleich frage, wie geht es zusammen? Also ist das ein Problem, was wir in Zukunft wahrscheinlich immer wieder haben? Die EU möchte gern eigentlich was ganz gut machen, aber dann sind es eben doch ganz schön viele, die sich da einigen müssen, gerade bei so einer technischen Entwicklung, die sich so schnell verändert oder haben wir da doch die Illusion, dass es irgendwie alle zusammen wuppen? Gut, also bei Frankreich jetzt wäre es natürlich auch spannend. Vermutlich ist der Eieck bis dahin nicht in Kraft würdig fürchten, sodass es quasi kein Gesetz gibt, kein europäisches Gesetz gibt, gegen das sie unmittelbar verstoßen. Es stellen sich natürlich datenschutzrechtliche Fragen in Vereinbarkeit mit der DSGVO. Aber da, also letztendlich ist das ja sogar, ziemlich genau diese Fälle sind die Fälle, die man auch mit dem AI-Act vermeiden möchte. Dass wir sagen, dass wir auf europäischer Ebene einen Mindeststandard schaffen, das muss man ja auch sagen, das ist ja dann auch nicht, führt ja nicht dazu, dass auf einmal, weil die nachträgliche biometrische Identifizierung möglich ist, alle EU-Staaten verpflichtet sind, das einzuführen. Aber sie dürften es dann immer, also sie können es dann machen, aber sie dürfen eben auch nicht mehr machen. Also wir haben einen bürgerrechtlichen Mindeststandard, der dann gesetzt wäre in der EU und das stimmt mit Sicherheit. Also die, also ich glaube in Fragen der Sicherheit und des Schutz von Bürgerrechten, dass das eines der Bereiche ist, in der die Fliehkräfte innerhalb der Europäischen Union am weitesten auseinander gehen. Und das sind unterschiedliche Themen. Also wenn wir uns den Schutz von Minderheitenrechten anschauen, dann wird man wohl eher Richtung, Richtung Osten nach Polen schauen, nach Ungarn schauen, bei Staaten, die da nicht so die Position haben, wie wir, wie wir das vielleicht in Deutschland gut finden. Wenn es um staatliche Überwachung geht, dann sind das auch ganz andere Staaten. Also dann ist es Frankreich, dann ist es auch Spanien, die da ein weniger Befürchtungen haben, was Bürgerrechte, was den Schutz vor Überwachung angeht, die Freiheit vor Überwachung, als das in Deutschland davon ist. Und was kann ich denn eigentlich, wir reden immer so über die Metaebene und die großen Gesetze, was kann ich denn als Bürgerin im Prinzip eigentlich auch tun? Habe ich jetzt schon irgendwas in der Hand, wenn ich sage, ich will vielleicht nach Frankreich fahren im kommenden Jahr zu Olympia, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, sich in der Form auch dem zu widersetzen? Oder muss ich da mitspielen? Also ich weiß gar nicht, ich fürchte, da muss man mitspielen. Man könnte natürlich Richtung Betroffenenrechte schauen, das ist das eine. Uli Kelber ja auch angesprochen, also die Frage, welche Rechte habe ich als Betroffener unter der Datenschutzgrundverordnung, das sind Rechte auf Berichtigung, auf Löschung, aus Auskunft, das habe ich tatsächlich in Bonn, habe ich mich mal länger gestritten mit der Polizei NRW, weil da merkt man auch, zu was Überwachung eingesetzt wird. Das ist ein großer öffentlicher Platz und dann wurde es den Anwohnern zu laut. Und dann hat man auf einmal gesagt, Kriminalitätsschwerpunkt, also weil da waren halt die junge Menschen, die da im öffentlichen Raum abends dann ab und zu mal ein bisschen Zeit verbracht haben. Dann wurde das ein Kriminalitätsschwerpunkt, also als Kriminalitätsschwerpunkt deklariert, weil es irgendwelche Taschendiebstähle gab und ähnliches. Und da hat man einen völlig dystopischen Überwachungsturm dahingesetzt mit mehr Augen als jede Spinne. Also irgendwie 19 Augen oder sowas. Und da bin ich zwei, dreimal lang gelaufen. Und da kann man dann natürlich auch einfach mal sagen, okay, jetzt hätte man gerne mal, also macht man seine Betroffenenrechte gelten und hätte man gerne eine Datenkopie zum Beispiel, weil die haben ja dann ein Foto von einem. Und da kann man ja fragen, wann und wie wurde man erfasst, welche Daten gibt es da. Und das sind natürlich kleine Maßnahmen, die man versuchen kann zu ergreifen. Aber ich fürchte, wenn man Olympia in Frankreich live mit erleben möchte, dann muss man mit der Videoüberwachung leben. So wie man das muss, wenn man tatsächlich auch in Deutschland mit dem Zug reisen möchte oder ähnliches. Wir reden ja immer noch über den europäischen Raum. Also hier, wo jetzt dann doch reguliert wird, wo man sich dazu durchringt, ein Gesetz, wie auch immer man es wertet, zu machen, um KI einzudämmen. Und währenddessen passieren in China, in den USA Dinge, von denen vielleicht auch viele schon mal gehört haben. Also es gab gerade im August einen Fall in den USA, wo eine Frau festgenommen wurde bei sich zu Hause, im achten Monat hochschwanger, wurde eines Verbrechens beschuldigt, war den ganzen Tag auf der Untersuchung oder sozusagen wurde festgehalten von der Polizei und befragt, rauskam falsches System. Also hat sozusagen die falsche Person erkannt. Und über das, was in China passiert, haben wir auch schon am Anfang sozusagen dieses Gesprächs hier gesprochen. Also wo ja wirklich im öffentlichen Raum wahnsinnig viel überwacht wird und auf sehr, sehr vielen Ebenen, auch um die Bevölkerung natürlich zu kontrollieren. Was ich mich frage, wir sind noch so ein bisschen, wenn man es jetzt weltweit betrachtet, sind wir noch in Europa so die kleine Insel, die das versucht, alles standhaft zu bekämpfen? Ist das noch unsere Rolle? Und wie lange kann man der auch standhalten, wenn gleichzeitig technisch so viel passiert und sich so viel entwickelt in der nächsten Zeit? Ich glaube, ich würde da so ein bisschen zu gucken, was auch der Unterschied ist vielleicht zwischen Innen-Europa, sage ich jetzt mal, und Außengrenze. Also vieles, was wir jetzt hier als problematische Tests und sowas in verschiedenen deutschen Städten besprechen, das wird ja auch häufig dann an den EU-Außengrenzen erst mal getestet, dort schön eingesetzt, an Leuten, die sich auch nicht so richtig mit sozusagen Beschwerdeformularen wehren können oder eben mit den Datenschutzbeauftragten ihrer Stadt oder sowas streiten können. Ich glaube, da sollten wir uns nicht zu viel vormachen sozusagen, dass das nicht schon so der Fall ist und dass das nicht an sich irgendwie auch problematisch ist. Klar, es ist irgendwie so ein Anlass durchdrungen so innerhalb Europas. Wir sind halt nicht China und sozusagen nicht unsere persönlichen Daten sind nicht mit allem verknüpft und wir brauchen sie für alles, um alles machen zu können. Aber genau, ich glaube, so ganz doll auf die Schulter klopfen können wir uns da leider dann auch nicht als Europa. Und gerade auch, was ich so in Sachen KI-Verordnung vielleicht noch mal ergänzen wollen würde, wäre eben auch, dass das gerade auch Deutschland zum Beispiel jetzt zuletzt auch noch mal uns gegenüber bekräftigt hat, dass sie zum Beispiel diesen Bereich der nationalen Sicherheit eben nicht als EU-Kompetenz auch verstehen, sondern eben als nationale Kompetenz. Es ist auch so geregelt, aber man kann natürlich trotzdem auf EU-Ebene was regeln, gemeinsam, wenn man möchte. Und da sollten wir sozusagen auch Bescheid wissen, dass das schon auch Deutschland das Interesse hat, diese Kompetenz zu behalten und eben inländisch sozusagen auch darüber entscheiden zu können, wie was gemacht wird und welche Gesetze hier geregelt werden. Das wird auch so bleiben. Also wir haben die Verordnungen wie die Datenschutz-Grundverordnung, die sind voll harmonisiert. Wir haben Richtlinien wie die JI-Richtlinie, also für Justiz und Innenbereich. Da darf das nationale Recht nicht abweichen von den dortigen grundsätzlichen Regelungen und wir haben dann Bereiche wie zum Beispiel nationale Sicherheit, wo das rein national geregelt ist. Zwischen den beiden letzten gibt es natürlich unglaubliche Übergangsbereiche. Es wurde ja zum Beispiel der Europäische Datenschutzausschuss angerufen bei der Pegasus-Überwachung von Oppositionellen in Ungarn, aber mehr als unsere ungarischen Kollegen zu bitten, uns nochmal zu erzählen, was sie da geprüft haben, konnten wir nicht machen. Und das Ergebnis war natürlich, dass das alles in Ordnung war. Zum Glück in solchen Ländern sind ja die Oppositionellen immer gleichzeitig Betrüger und Kriminelle und deswegen dürfen sie auch überprüft werden. Das wird so bleiben. Trotzdem sehen natürlich ganz viele in der Welt sehr positiv auf Europa. Und auch wenn wir manchmal Fehlentwickler haben wie jetzt mit den Versuchen der Kommission bei der Chatkontrolle oder ähnliches, haben wir natürlich durch die Gesetzgebung, aber auch durch die Rechtsprechung europäischer Gerichts auf europäischer Ebene, Bundesverfassungsgericht, das ja im Drei-Monat-Rhythmus bestimmte Sicherheitsgesetze einkassiert oder Änderungen erzwingt, haben wir natürlich eine ganz starke Situation auch abgeleitet von Grundrechten, Menschenrechten, die funktioniert. Und das merken wir in den internationalen Gremien, wo wir das ja auch mit reinbringen. Es ist ja nicht nur so, dass wir in der deutschen und europäischen Suppe schwimmen, sondern auf der Global Privacy Assembly, also der Versammlung von 130 Datenschutzbehörden oder bei der International Working Group on Data Protection Technology, wo wir zu dem Thema biometrische Fernerkennung was tun, merken wir, dass wir damit auch den Rücken stärken, von denen, die das in ihren jeweiligen Ländern unternehmen. Und wir erleben durchaus in den USA natürlich auch Gegenwehr. Also das Verbot in San Francisco von biometrischer Gesichtserkennung auf dem Stadtgebiet ist ein Beispiel dafür. China ist natürlich das völlig andere Beispiel. Und was wir aufpassen müssen, wir werden es dort nicht verhindern können. Was wir aufpassen müssen ist, dass erstens irgendwelche Dinge, die daraus passieren, irgendwie zu uns reinwandern, von Scores über Technologien und dass dieses Gift davon so ganz leise rein träufelt. Also natürlich will keiner ein Social Credit System machen, keiner will die automatische Erkennung an jeder Ecke haben. Aber da waren die doch erfolgreich. Und wenn wir das etwas abwandeln, dann geht das auch. Oder private Firmen bringen bestimmte Dinge mit rein, dann darf man auf die Daten wieder zugreifen. Da muss Europa höllisch aufpassen, dass es sich nicht selber so langsam aushöhlt, ohne dass es sogar böse Absicht von Regierungen oder Parlament ist. Einfach so, dass man sich so langsam dran gewöhnt und dann kann man wieder was, ist das doch schon normal. Das haben wir an anderen Stellen gemerkt, wenn früher einer angerufen hat und er hat seine Telefonnummer übertragen oder unsere wurde dann übertragen, das haben wir als schlimm empfunden. Heute nehmen wir das Telefonat gar nicht entgegen, wenn wir nicht sehen, wer es ist. Ich glaube, in der nächsten Betriebssystemversion soll man sogar schon sagen, was man will, wenn man anruft, so mit dem Text an dem Punkt, irgendwann wird doch zwangsweise die Kamera auf der anderen Seite angemacht, damit ich wirklich weiß, ist das die Person, die anruft und das, ich weiß nicht, ist hier irgendjemand im Raum, der noch unbekannte Anrufe entgegen nimmt? Ja, ich auch. Ja, ich hoffe immer, dass es ein Whistleblower ist an der Stelle. Aber das ist natürlich so. Im Großen kann das eben auch passieren, dieses langsam einträufelnde Gift aus dem autoritären Regime. Dann versuchen, ja. Ich habe eine kurze Ergänzung, weil ich das, was Pia gesagt hat, ganz wichtig finde und nochmal stark machen wollte. Dieses Testen an den Außengrenzen oder auch innerhalb von Europa an den Menschen, die nicht in privilegierten Situationen sind, das ist, glaube ich, ganz, ganz stark. Also wir haben die Auswertung, eine systematische Auswertung von Handys von Geflüchteten, um mehr zu erfahren über Alter und Herkunft und ähnliches. Und es gibt quasi Praktiken, die sind unvorstellbar, dass man die in der Fläche gegenüber deutschen Bürgerinnen und Bürgern anwenden könnte, weil der Aufschrei enorm wäre. Aber wenn man sich die Schwächsten in der Gesellschaft aussucht und es nur an denen testet und dort ausübt, dann haben die nicht das Standing, um Öffentlichkeit zu mobilisieren, um das zu einem politischen Problem zu machen. Und das erleben wir ganz stark an den Außengrenzen, bei denen ja viele der Technologien, über die wir sprechen, über die wir in Deutschland so problematisch finden, eingesetzt werden. Oder eben auch bei Menschen, die sich in Deutschland aufhalten, aber zum Beispiel keinen gesicherten Aufenthaltsstatus haben und dann natürlich auch nicht auffallen wollen und einfach möglichst konform sich verhalten wollen, damit sie in ihrer unsicheren Situation nicht mit Repressalien konfrontiert werden. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man sich da immer bewusst machen muss, dass es am Ende sehr auf die Schwachen trifft. Ich würde gerne, weil wir auch gerade über das Einträufeln gesprochen haben und über diesen Blick in die Zukunft nochmal am Ende sprechen, über die Zukunft tatsächlich, wie wir sie uns so vorstellen, irgendwo zwischen China, den USA und Deutschland und allem dazwischen. Es gibt bestimmt auch Staaten, die das noch viel besser machen als wir hier gerade im Guten. Und uns mal so beamen nach 20, weiß nicht, 35 vielleicht, so gute zehn Jahre voraus oder vielleicht auch 40, je nachdem, was da jetzt eine gute Zahl wäre, aber so ein bisschen in die Zukunft. Und bräuchte vielleicht einmal eine Utopie. Ich glaube, das ist was, was Ulrich gut leisten könnte. Wie sieht das in der optimalen Welt aus? Eine Dystopie? Das ist was, was Pia jetzt uns mal erzählen muss, aber schon im Vorfeld, die richtige Kandidatin. Und so eine wahrscheinliche Realität, wie es bei uns sein könnte. Und weil wir noch grobe fünf Minuten haben, vielleicht, ne, kurz auch noch. Entschuldigung. Also mit einer ordentlichen Gesetzgebung und Staaten und Unternehmen, die sogar eher damit werben, dass sie eben nicht Überwachung machen. Es gibt ja einige erste Beispiele. Ich glaube, es ist gerade eine gute Abstimmung in der Schweiz, um jetzt mal nicht die EU zu nehmen, die gesagt haben, wir nehmen auf gar keinen Fall an Chatkontrolle teil. Plus Technologien, die man auch einsetzen kann zur Abwehr von Überwachung, glaube ich, kann das auch eine sehr positive, digitale, liberale Zukunft werden. Und dann gibt es aber diese Gesichtserkennung oder die Körpererkennung? Als Echtzeitfernerkennung durch Dritte, nein. So, wie düster soll es jetzt werden, ist die Frage. Wie du magst. Ja, ich habe gerade ein ganz schlimmes Kino gehabt. Also so die blau-türkise Regierung ist da und überall gibt es Kameras und das Racial Profiling hat sich noch verschlimmert an allen öffentlichen Plätzen. Ständig gibt es irgendwelche Meldungen auf Softwares in Polizeibehörden und ständig wird ausgefahren, ständig werden die Leute genau nach ihren Ausweisen gefragt, die so aussehen, als ob sie da nicht sein sollten. Also so stelle ich mir, glaube ich, die Dystopie vor. Ich höre jetzt mal an der Stelle auf und wir bleiben mal dabei. Und ich soll jetzt in die Kugel schauen, das Reale. Ich meine, die ganz schlimme Dystopie klingt natürlich schlimm, aber ich vermute mal, sie ist auch nicht so realistisch, weil dafür gibt es ja immer noch sehr, sehr viele Menschen in diesem Land, die sich sehr bewusst darüber sind, was das für Gefahren mit sich bringt. Also versuchen wir mal so einen Mittelweg. Genau, sehr viele Menschen und dann bin ich auch Jurist, es gibt auch sehr viele Gerichte und Uli Kelber hat es auch mehrfach angesprochen, wir haben gerade in Europa und in Deutschland auch sehr selbstbewusste Gerichte und ich gehe davon aus, dass einiges von dem, was Pia skizziert hat, als dystopische Technologien getestet wird, also auch in der Gesetzgebung und dass dann die Gerichte, es wird immer wieder sich quasi ein bisschen nach vorne gewagt und die Gerichte werden auf die Finger draufhauen und sagen, so weit geht es aber nicht nach vorne. Klassischerweise sagen die Gerichte dann aber auch nicht, das geht dann gar nicht, sondern stecken den Rahmen ab, in dem es dann vielleicht doch auch geht. Und so werden wir uns, glaube ich, also es wird eine Art weiteres Wettrüsten im Bereich der Überwachung, glaube ich, geben. Gleichzeitig wird auch digitale Selbstverteidigung, wie das so schön heißt, Digital Courage hat das sehr, sehr stark geprägt, diesen Begriff auch, dass man selbst versucht, Maßnahmen zu ergreifen, um die eigene Privatsphäre zu schützen, glaube ich, auch das wird immer populärer werden und sich weiter verbreiten, sodass man eben auch versuchen wird, gegen diese Überwachungstechnologien vorzugehen. Und meine Hoffnung wäre, dass wir es tatsächlich schaffen, so ein Umdenken dahin zu bekommen, was eigentlich Sicherheit schafft, weil ich glaube, im Moment haben wir das Problem, dass viele Menschen, gerade Sicherheitsbehörden, überzeugt sind, dass Sicherheit durch Kontrolle erzeugt wird und deshalb ist man so an Überwachung interessiert, um mehr Sicherheit durch mehr Kontrolle zu erzeugen. Und ich glaube, dass das wirklich ein fundamentaler Fehler ist und dass Sicherheit durch sozialen Zusammenhalt erzeugt wird und dass, wenn wir als Gesellschaft zusammenkommen, dass wir dann in einem sicheren Staat leben und dass das unabhängig davon ist, wirklich völlig losgelöst davon, wie viel Überwachung es gibt und dass mehr Überwachung eben gerade nicht zu mehr Sicherheit führt, sondern zu mehr Konformität und dass das schädlich für eine diverse, liberale Gesellschaft ist. Gutes Schlusswort. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, da haben wir nochmal die Kurve ins Gute wiederbekommen. Gott sei Dank. Danke für die Runde, für die vergangenen 60 Minuten. Wir sind schon am Ende angelangt, würde aber gerne auf jeden Fall nochmal einmal hören, ob jemand von euch noch Fragen hat ans Podium. Vielleicht gibt es auch gerade vom Workshop vorher noch Sachen, die offen geblieben sind oder auch alle anderen. Über Clearview AI haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Auch ein großer Datenhaufen, der relativ ungestüm durchgesucht wird. Das haben wir jetzt leider nicht geschafft heute. Aber gibt es von euch Fragen? Gibt es vielleicht auch aus dem Netz irgendwas? Nee, gibt es nichts? Bitte. Wenn wir da drüben. Ich habe nochmal eine konkrete Frage, der Begriff Echtzeit ist immer wieder aufgekommen und ich habe mich doch gefragt, was das genau bedeutet. Also wenn ich jetzt meine Kamera am Südkreuz aufstelle, Gesichtserkennung darüber laufen lasse und es mit einer oder zwei Sekunden Verzögerung mache, das ist dann nicht mehr Echtzeit? Das darf ich dann? Nein, nein, ich habe das nur vorhin versucht, um unterschiedliche Szenarien. Also auch zwei Sekunden Verzögerung oder Ähnliches wäre natürlich Echtzeit. Das eine ist, versuche ich sowas in einer Situation, egal mit welcher leichten Verzögerung zu machen, versuche ich nachher Live-Bilder auszuwerten. Das war ja Beispiel Hamburg. Welche Leute haben an der Demo teilgenommen, ohne dass jetzt spezifisch Beteiligung an Gewaltaktionen dabei war? Und das dritte ist nach dem Motto so, ich weiß, da war jetzt ein Überfall, hier sind die Bilder vom Überfall. Und diese Leute, bei denen ich gerade sehe, das Video habe, dass sie den Überfall machen, bei denen will ich nachgucken, kenne ich die. Weil ja mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass nicht deren Ersttat ist an dem Punkt. Also diese drei Szenarien sind schon nochmal unterschiedlich zu bewerten. Wobei, je nachdem, wie stark das zweite sich ausprägt, es zur ersten oder zur dritten Kategorie neigt, in der Frage, wie es rechtlich zu bewerten ist. Das ist dann auch in sowas wie dem AI-Act so festgelegt? Also da ging es ja um Echtzeit, nicht wahr, oder? Also manches ist Datenschutzgrundverordnung, manches ist JI-Richtlinie oder dann eben die spezialnationalgesetzliche Umsetzung. Und manches ergibt sich eben genau aus so einem Punkt heraus, dass dann geklagt wird, weil eben nicht gehört wurde, als man gesagt hat, hm, schwierig. Und dann geht ein Gericht hin und sagt, man darf das oder man darf das nicht. Im Hamburger Beispiel gab es ja sogar, dass zumindest den Teil, die die Datenschutzbehörde versuchte, zu untersagen im Rahmen ihrer Erlaubnisse, dass dort gesagt wurde, nein, konntest du nicht nachweisen, dass das ein entsprechender Verstoß ist. Ob es mit der Verfassung an der anderen Stelle, also wir haben natürlich spezifisch nur das geprüft, vereinbar ist, würde ich aber trotzdem nach wie vor bezweifeln. Nur, ich kann nicht als Datenschutzbehörde sagen, ich glaube, dieses nationale Gesetz verstößt gegen die Verfassung und ich untersage das. Das ist keine Kompetenz, die eine Datenschutzbehörde hat. Zwei Fragen gab es noch, genau. Dann mache ich direkt weiter, weil im Redebeitrag gerade, sagten Sie so, bei einem quasi Video von einem Überfall, darf die Polizei dann schauen, kennen wir die Täter möglicherweise. Mich würde interessieren, woher kennen wir die Täter möglicherweise? Woher kommen also die Bilder, die ermöglichen, dass ein spezifisches Gesicht wiedererkannt wird? Sind das nur die Täter von bereits ermittelten Straftätern? Oder sind das möglicherweise auch Bilder, die Behörden zum Beispiel über Social Media bekommen könnten? Weil zum Beispiel Facebook setzt ja auch in massiver Weise Gesichtserkennung ein. Wir kennen das vielleicht, wenn jemand ein Bild von uns hochgeladen hat, dass wir informiert wurden. Übrigens, du bist auf mehreren Bildern drauf und das macht Facebook natürlich mit Gesichtserkennung. Genau, deswegen würde mich interessieren, wie gut sind eigentlich BürgerInnen über solche Systeme auch für die Polizei schon identifizierbar, auch wenn sie vorher in keinem strafrechtlichen Kontext irgendwo aufgefallen sind? Oder ist es vielleicht Clearview AI, was wir vielleicht in dem Punkt sagen? Nein, nein, also das ist natürlich ein Punkt, um das klarer zu machen. Die Debatte findet ja immer statt, von Polizeibehörden bis zu Nachrichtendiensten, wo auch die Frage ist, was an öffentlich zugänglichen Daten verarbeitet werden darf. Und wir leider auch immer wieder neu erklären müssen, nein, die Verarbeitung von öffentlich zugänglichen Daten ist trotzdem nicht automatisch erlaubt. Aber hier geht es natürlich anders als jetzt bei diesen Beispielen Hessendata und Bayern, wo einfach über Palantir diese, über Palantir-Software versucht wurde, alle Daten, Silos der Polizei einfach zusammenzuknüpfen, und zwar egal, ob das eine das Verzeichnis von überführten Straftätern ist und das andere die Datei, in der Opfer oder Freunde von Opfern drinnen waren, dass das alles irgendwie gleich wird und versucht wird, Muster zu erkennen. Das hat ja Gott sei Dank das Verfassungsgericht klar gesagt, dass es da Grenzen geben muss. Und die muss es natürlich auch hier geben. Also an der Stelle der Abgleich mit der tatsächlich überführten Täterfotodatei aus den erkennungsdienstlichen Behandlungen ist dann der Punkt, den man dort durchführen sollte. Aber vielleicht jetzt keine Ergänzung, weil du es ja auch gerade angesprochen hast, das ist natürlich etwas, was international auch anders gehandhabt wird. Also gerade das ist das Geschäftsmodell von Clearview, eben zu sagen, ja, wir haben einmal das Internet global durchforstet, haben jetzt die Fotos von ungefähr allen Menschen auf der Welt und bieten das als Dienstleistung für bisher vor allen Dingen US-amerikanische Polizeibehörden an. Gebt uns die Fotos eurer Verdächtigen und wir sagen euch, welche Personen das sind. Also gerade diese, dass es ein privates Dienstleistungsangebot werden kann, das muss eigentlich ausgeschlossen sein. Wir sind ja jetzt in Bezug auf Clearview auch durchaus deutsche, europäische Datenschutzbehörden dran, weil das tatsächlich ein völlig rechtswidriges Geschäftsmodell ist, was aber anscheinend auch Sicherheitsbehörden nicht so sehr stört, wenn das Recht eben an der richtigen Stelle gebrochen wird. Hier gab es noch eine Frage, genau. Also das ist eine Frage, die betrifft das Zusammenspiel zwischen privatem Sektor und öffentlichem Sektor. Du hattest es vorhin erwähnt, dass die große Gefahr ja ist, dass wenn die Privaten eben so große Datenmassen sammeln, dass dann, abgesehen mal von allen Widrigkeiten, die einem auf dem privaten Sektor passieren kann, Schufa wertet das falsch aus, man kriegt irgendwie den Kredit nicht mehr und so weiter und so fort. Aber es ist auch noch mal eine andere Liga, wenn es der Staat in die Hände kriegt und plötzlich mit seinem kompletten Vollzugsapparat da ankommt in den diversesten Feldern. Und was mich so gewundert hat vor sieben Jahren, als ich mir das das letzte Mal angeguckt habe, ist, dass die Regelungen in der Strafprozessordnung, die das präventiv oder im Vollzug eigentlich regeln, diesen Zugriff der staatlichen Behörden auf diese privaten Datensammlungen, wieso das so rudimentär eigentlich geregelt ist. Das war irgendwie nur eine einzige schwammige Norm. Und weiß irgendjemand von Ihnen, ob es da Bestrebungen gibt, diesen Zugriff irgendwie präziser zu regeln? Sehr spezifisch die Frage. Also ich würde für Regelungsinitiativen immer an Ulrich Kelber abgeben. Was man sagen kann, ist, dass es, also es gibt ja, es gibt ja nicht nur in der Strafprozessordnung, sondern gibt es zum Beispiel im TTDSG, also in Bezug auf Telemedien, gibt es extra Vorschriften zur Herausgabe und dann von Telemediendienstanbietern und Ähnliches. Aber mein Eindruck ist schon, dass die Daten, die in den Händen von Privaten liegen, für den Staat zugänglich sind. Und nicht immer und nicht immer ganz einfach, also abgesehen von praktischen Hindernissen, weil manchmal antworten die halt einfach nicht, wenn eine deutsche Behörde anfragt und die woanders sitzen. Aber zumindest mit Richtervorbehalt als maximale Einschränkung kann, würde ich behaupten, staatliche Behörden haben sie zumindest das Recht, die Daten auch abzurufen. Was ist, glaube ich, in Deutschland oder in Europa, wir haben ja noch keinen entsprechenden Fall übergekannt, in den USA geht das teilweise schon deutlich weiter, auch da gab es zum Beispiel einen sogenannten Search Warrant Case, wurde das genannt, auch in Bezug, also Search, weil es um eine Google-Suche auch ging, dass man, es ging da um einen Fall, in dem in einem spezifischen Ort, jemand mit einer ganz bestimmten, auf eine ganz bestimmte Art und Weise getötet wurde und dann Google gefragt wurde, wer aus diesem Ort hat dazu gesucht, also quasi umgekehrt. Man hat nicht gesagt, gib mir zu dieser Person die Daten und man hat gesagt, wir haben quasi eine Suchabfrage, haben Nutzer von dir das gesucht und dann gib uns die Daten heraus. Das war bisher ein relativ spektakulärer Einzelfall, aber wenn man anfängt, das weiterzuschwinden, diese Art der Reverse Search, quasi nicht mehr die Daten einer Person haben wollen, sondern zu gucken, wie haben sich die Personen auf einer privaten Plattform verhalten, jetzt sag uns, welche Personen sich auffällig bei dir verhalten haben, dann führt das natürlich quasi den Überwachungskapitalismus tatsächlich, birgt es nochmal ganz neue Gefahren, wenn der Staat Zugriff auf die Informationen hat. Also es gibt natürlich in der Tat sehr viele Regelungen, auf allen Ebenen, föderales System und an einigen Stellen wird genau das geklärt, welche dieser Daten dürfen herausgegeben werden, unter welchen Umständen. Das ist zum Teil in den spezialgesetzlichen Regelungen enthalten. Das ist bei unmittelbaren Überwachungs- und Eingriffsbefugnissen der Sicherheitsbehörden, also welche Daten dürfen sie erheben, wie müssen sie zum Beispiel dafür sorgen, dass Informationen über den Kern der privaten Lebensgestaltung dann nicht mit aufgenommen werden, also Bad Talk hat nichts zu suchen, wenn man eigentlich die Verabredung zu einem kriminellen Verhalten unter verschiedenen Clans versucht rauszukriegen, als Beispiel. Und es gilt natürlich auch andere Regelungen, also die Frage, wenn ich hier jetzt auf einmal einen Datenpool hätte, bei einer Firma, die vielleicht auch bereit ist, ihn zu teilen, weil er erschreckenderweise da ist, weil eben nicht gut dafür gesorgt wird, dass man erstmal eigentlich eine geschützte Kommunikation hat, hätte ich diese Daten für diese vermutete Straftat auch selber erheben können, nur dann darf ich sie auch aus einer anderen Quelle verwenden. Ich darf also jetzt nicht für eine kleine Ordnungswidrigkeit die Abhörung über das Mikrofon eines Handys verwenden, die irgendeine Privatfirma gemacht hat. Das passt nicht zusammen. Auch das sind Regelungen, die teilweise spezialgesetzlich entweder geregelt sind oder wo wir dringend vorschlagen, wenn ihr es macht, müsst ihr eine klare, transparente, gesetzliche Grundlage schaffen, auf die sich jeder berufen kann, die jeder prüfen kann und wo wir auch als Aufsichtsbehörde, wenn wir dann reingehen und bei einigen Bereichen ja kompensatorisch, weil die einzelnen Bürger sich nicht anschauen können, was über sie gespeichert ist, wir uns anschauen, ob das eigentlich befugt ist, dass diese Daten da sind oder gibt es überhaupt etwas über diese Menschen, dass wir das dann auch prüfen können, dürftet ihr das haben, entspricht das den gesetzlichen Regelungen und es nicht jedes Mal einen Grundsatzstreit gibt, ist verfassungswidrig oder nein, können wir auf die Generalklausel stellen, weil das ist nicht zukunftsfähig. Vielen Dank für die Fragen. Gab es jetzt erstmal keine weiter, ich habe jetzt keine Hand mehr gesehen, will niemand übergehen, aber genau, ich glaube, dann sind die auch alle gestellt worden und vielen Dank an euch drei auf jeden Fall für diese Runde, fürs Beantworten der Fragen von mir und vom Publikum. Wir haben hier Professor Ulrich Kelber gehört heute, schön, dass du eine ganze Stunde bei uns warst, Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationssicherheit der Bundesregierung, Pia Zombecki von Algorithm Watch war bei uns und Erich Tuchtfeld, Co-Vorsitzender von D64. Soweit nochmal diese Runde und euch vielen Dank, dass ihr diesen noch so schönen Sommerabend hier bei uns verbracht habt und dabei wart. Danke für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend noch. Applaus 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 Vielen Dank.